Jetzt sprengen wir mal das Zugschüttel in die Luft. Zack, zack, zack. Jawohl, hier, hier, hier gibt's die Zug-Action gleich. Ein Klo. Ein Klo, mit Scheiße drin. Guck mal. Ich hab mir mal die obere Knarre genommen. Zum Vergaben. Jawohl, guck mal hier. Guck mal hier, wo fliegen die da hin oder was? Sind das dann so Geschosse? Ajo, ist ein Raketchen dran. Guck mal. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, dass wir Raketen aufgehoben haben. Ich hab gedacht, wir haben einfach nur das Böhmchen aufgehoben. Ich muss ihn fernzünden. Sollen wir jetzt warten, bis der Zug kommt, oder? Ach so. Ah, nee, nee. Ups, fein, hab ich aktiviert. Okay. Er kommt, wenn wir die Bombe aktivieren. Ich hole den Zug, er kommt. Er kommt. Calm down. Zehn. Neun. Immer langweilig. Ja. Bam. Mit dem Zug rein. Fucken alle meine Gegner! Wow. Scheiße. Oh, yeah. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Zug zu hijacken. Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Eisschelst. Klettere auf das Wrack, um ranzukommen. Nimm das Rohr auf den Zug, denn sonst gibt's was vor dem Bug. Das ist ein Rapsong von mir. Das ist ein Rapsong von mir. Schalala, kakakak. Ba, 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 ba. Ha, hier. Wie, man kann da jetzt nicht durch? Kannst du da draufdrücken? Ich kann... Ah, jetzt. Reisen wir in den Zug rein, obwohl er vor uns ist. Oh. Legendär war orange eine Seltenheit. Objekte haben oft verborgene Tralalas, wenn sie orange sind. Hey. Oh, schau doch mal, Jacqueline. Hier gibt's Medikits und Schilde. Behörst du nicht dein vieles Geld? Mich belastet mein vieles Geld. Ich will nicht mehr so viel Geld haben. Wenn ich ehrlich bin. Oh, was ist denn da? So, dann schauen wir mal im Zug. Ob wir irgendwo denn einen Schlüssel finden. Guck mal hier, was hier? Läuft hier irgendwas? Ja, das hört sich nicht gut an, ne? Oh, mein Gott. Fahr... Fahrzeuge. Äh, machst du das? Ich muss ganz kurz um... Umwechseln. Die Schreutflinten. So. Ich würde gerne wissen, was hier gerade so rumläuft. Vielleicht sind es aber auch diese Abbauarbeiten von... von Jack. Ah. Der Rocken fliegt einfach immer wieder in die Luft. Ah, okay. Wenn's nicht das ist... Sind das so kleine Verteidiger-Robots in dem Ballon? Ja, anscheinend. Verteidigen wahrscheinlich den Konsport gut. Guck dir diese kleinen Gut-Güter-Verteidiger an. Da ist ein Granat für euch, bittschä. Ich bin ja gerade bald. Also... Spreng-Körper wird eingesetzt. Ah. Was ist da los? Ich bin gerade ein bisschen down gegangen, aber es ist aber wieder alles in Erdnuss. Wenn du so Flugzeuge siehst, musst du die auf jeden Fall festen, weil die heilen die, ne? So, ich sei richtig action, gell? Ich hab' wieder so'n Sprengsatz auf dem Kopf. Ich glaub, jetzt haben sie mich ja richtig. Dankeschön, dankeschön. Sehr verbunden. Sehr verbunden. Yeah. Okay, weiter geht's. Wir sind jetzt wohl gleich da an dem gepanzerten Waggon. Ich freu' mich schon, es gelüstet mich richtig nach diesen Sachen, die da drin sind, nach dem Schall ist, will. Da liegt ein Dough. Ich nehm' mal zwei mit, nehm' mal die andere zwei. Keine Sorge. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Ach so. Oh je, Wilhelm. Oh! Sorry, aber gegen Wilhelm hast du keine Chance. Glaub mir. Das ist nicht gut. Wilhelm hätte uns zu helfen, beinahe alle gekillt, ohne selbst einen Kratzerabzug. Du bist gleich dauernd. Ich baue mich noch mal jeden, wenn wir uns heute aufhören. Du kannst Wilhelm besiegen, ich verspreche es dir. Du kannst Wilhelm töten, weißt du, werden sie das ausbrechen, wenn du da so. Wilhelm. Du kannst ihn nicht töten, aber du kannst es schaffen. Oh mein Gott, der haut ab. Hey, du bist denn das? Was ist los? Tschüss. Ah, der hat so ein Heilding. Mach das Heilding kaputt. Ah, ich merke es gerade, ja. Ich habe mir da noch nichts mit drin. Spaß. So, was? Bam! Was? Bam! Jack hat keine Chance geklärt. Wilhelm hat einen Energiekampf fallen gelassen. Schnapp ihn dir. Laut meinen Sinsuren ist der einzigartig. Wenn du in Rollung bringst, müssen die Schilder von Sanctuary vielleicht nie wieder aufgeladen werden. Boah, 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 boah. Ey, diese Penner mit den Drehrotor-Dinger sind aber echt hart. Auf jeden Fall. Ich hab dich mal auf. Schieß weiter. Schieß weiter. Okay. So, nehmt den Energiekern auf. Wo liegt der denn da hinten irgendwo? Ist er versteckelt? Vergeggelt? Ah, hier. Wow. So ein Energiekern hab ich noch nie gesehen. Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt. Warum bringst du ihn nicht her? Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wenigstens wird Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein. Ein schöner Ort werden. Wow, bravo, Champagner, Applaus, Gratulation, langsames Klatschen. Ihr habt euch den verdammten Energiekern geholt, Vers. Ich habe euch gewarnt. Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Zieht euch warm an, Kammerjäger. Denn jetzt kommt's richtig dick für euch. Oh nein, es kommt richtig dick. Ich dachte wirklich, der Kammerschlüssel wäre in dem Zug. Nächstes Mal mach ich das wieder gut. Ich bin in Sanctuary. Die Biers gehen auf mich. Okay, ich würde sagen, wir können wieder eine Runde zocken. Ja. Bevor wir die Quest abgeben. Ich will gewinnen. I wanna die. I wanna die. Willhelm, du hast bewiesen, dass du noch stärker bist als Sie. Gut gemacht. Uh, uh, Willhelm, es ist ja. Wenn ihr mal seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt, oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion Armee kommt, um euch rauszulöschen. Sind falsch, oder? Wenn ihr überleben wollt, dann schreibt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary. Und schließt euch den Crimson Raider-Sund. Achso, ich gebe mir doch erstmal die Quest ab. Ich glaube, das ist gar nicht die Quest. Wir haben ein anderes, also da oben ist irgendwas anderes eingezeichnet, aber hier ist auch was. Eine Horde Gesindel schürft draußen im Tundra-Express nach Aridium. Du sollst herausfinden, warum sie das Zeug fördern, und du sollst sie umlegen. Reihenfolge spielt keine Rolle. Und jetzt gehen wir zacken. Ich wollte noch schon die Quest onnehmen, du. Halt, wir sind irgendwie. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Der Roland ist wahrscheinlich eh draußen oder sowas. Guck mal. Renn du ruhig schon mal vor. Wo ist denn das? Befreie es? Nein. Findet das Versteck? Nein, nein. Verabreiche die Injektion? Schenk Gerary. Stiegelt. Okay, ja. Okay. Jetzt gehen wir schnell zocken, oder? Ich will auch schnell was gewinnen. Bei der Moxies. So, was haben wir hier? Code. Wupp, wupp, wupp. Hey, Moxie, alles klar? Ich will doch bei dir, hä? Okay. Komm schon, eine Milliarde Dollar. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab zwei Echo-Sims mit nach Pandora gebracht. Ich hab heute schon durchgespielt. Schon mal das Echo-Sim-Defekt? Ich glaub, 3-7er ist das Wertvollste hier. Genauso wie im... ...Sein hier. Naja. Nichts. Iridium ist natürlich auch nicht schlecht. Wir müssen mal wieder bei dem Depp einkaufen. Wir haben ewig viel Iridium sammeln können. Und der hat auch immer diese geilen Upgrades. Mehr Rucksackplätze oder mehr... ...mehr Munition oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Also ich glaub, wir haben mittlerweile... ...sogar knapp 100. ...Iridium. Schnaft richtig. Das sollten wir mal ausnutzen. Hast du das Essen? Ausnutzen. Ich hab andauernd diese mehreren... ...diese zwei oder drei... ...diese Berge. Iridium und dann ist eins falsch. Okay. Drei Kirchen, einen... ...Raketenwerfer, 686 mal drei. Komm, nimm mal mit. So ein Ver... ...Go, Fedor. Achtung, ich schieß im Auge. Wow, Gott, how bad. Oh, jetzt hab ich auch was anderes fahren lassen. Ich geh jetzt erst mal kurz verkaufen. Naja. Ich komm gleich mit nach dem Spiel, komm ich mit. Komm schon, nimm mal. Dann willst du das aufheben, da hab ich was auf dem Boden liegen gehabt. Das kann ich nicht mehr aufnehmen, weil ich zu voll bin. Das ist deine Sniper, oder? Willst du nicht haben? Ne, das ist eine, die ich gewonnen... Achso, Moment mal. Ne, das ist meine Sniper. Ich dachte... So, so rum. Hier liegt jetzt ein Raketenwerfer. Den soll ich nehmen und verkaufen, oder wie? Ja, verkauf den. Ich bin jetzt eh voll. Ich mach mich jetzt erstmal wieder komplett leer. Okay. Und dann kannst du weitergehen. Ich glaub, hier rechts sollte direkt so ein Automat sein. Genau, genau. Wir kennen uns schon sowas von aus hier. Weh in unseren Handtaschen. Ah, 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 ah. Bin gleich da, bin gleich da. So. Was sucht denn der? Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Ah, I create wider pain. Ich glaub, das... Ah, ne, die überhalte ich. Halt, wo ist diese eine Kohle? Habe ich die jetzt schon verkauft? Ajo. Scheiß drauf. Ne, 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 die war cool. Wo ist die hin? Ah, wir sind ja jetzt hier gerade eh vor so einem Heilautomaten. Träge ich mir noch gleich ein paar Spritzen rein. So. Träge sich denn ein Ei? Komm, Kollege, du. Okay. So. Jetzt kaufe ich was bei diesem Depp mit Iridium. Ja, da schaue ich jetzt auch mal vorbei. Damit saue ich nämlich auch bald unsere Time erreicht. Deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt mal... Hier noch ein bisschen Weapons. Guck mal hier, erhöht dauerhaft die Anzahl an Objekten, die du in deinem Rucksack mitführen kannst. Um drei. Das werde ich mir, glaube ich, oder? Was gibt's hier noch? Nur noch Munition, das war's, ne? Ja, ja, dann hole ich mir die Rucksacksplätze. Und dann nochmal um zwei. Kostet acht Iridium. So, müsstest du immer jeweils zwei mal aufpimmeln. Bei mir kostet es jetzt schon zwölf Iridium. Ah, dann hast du es schon zwei mal aufgerufenen. Ist okay, habe ich jetzt auch... So, was ist denn hier? Ah, scheiß, guck mal, es gibt ein Ding des Tages, oder was? Ne, dauerhaft um drei. Acht. Was kostet jetzt nochmal acht? Statt zwölf. Bei mir kostet es zwölf, anstatt... Also bei mir ist das Angebot des Tages für zwölf, wahrscheinlich, weil ich halt schon eins mehr Gold habe. Ich finde, das ist jetzt mal. Jetzt kostet es 16. Ah, gut, okay. Ich höre jetzt die ganzen anderen noch. Ich höre mir das für die Snipe. Ich höre das. Und das. Und das. Was genau macht das mit mir das 9. Hier. Mehr Munition hast du dann einfach. Ich habe jetzt noch 17. Ich habe echt jetzt alles gekauft. So. Und vor allem habe ich jetzt auch 5 Granaten, und ich liebe Granaten, das weiß halt schon jeder. Habe ich jetzt ein Skin gewonnen, na jo. Ich habe ein Skin gewonnen. Sollen wir nochmal zocken gehen hier bei der Alt? Ja, komm, gehen wir nochmal kurz zocken und dann verabschieden wir uns mal für diese Folge. Drei Kirschchen, was haben wir da? Eine Pumpe. Ich war mir das richtig fest, dass ich will mal wieder eine SMG haben. Ich habe eine SMG. Guck mal hier. Oh shit. Kannst du ruhig nehmen, wenn du die willst. Yeah, mit Feuerschaden. Dankeschön. Werde ich schämen. Wir könnten nochmal zu dem Markus gehen. Ach du Markus. Oh shit, dude. Wir könnten zu Markus gehen und schauen, ob der noch so Elementarwaffen hat. Also wer verkauft die ja. Ja, das stimmt. Ich komme mir am besten zu Anfang der nächsten Folge mal vorbei. Guck mal, die SMG ist die noch besser als die andere. 38. Die ist gleich. Kannst du ruhig nehmen zum Verkaufen. Okay. Da, da, da. Huh. Wir können so hoch springen. Jackpots. 777, komm schon. Yeah. Was haben wir hier? Sichel Vladov. Gunsäker Skin Anpassung. Schaltet diesen Skin für das Schnellwechselsystem frei, wenn er aus deinem Inventar ausverwendet wird. Klingt nice. Okay, gut. Ich glaube, ich habe euch jetzt ausgezockt. Ich habe jetzt schon jede Menge Geld verspielt. Genau, genau, genau. Willst du jetzt dennoch jetzt mal kurz diesen Joggen vorbei rein? Genau, genau. Ich stehe gerade bei ihm. Also gleich bei ihm. Komm, das behalte ich mal. Und jetzt gehen wir da mal nun zu dem. Gucken wir mal, was der hat. Ich habe keine Arbeit für dich. Komm später, Landsmänner. Achtung. So, was hat er denn was Schönes? Eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Eine AK, eine Pumpe. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. So teuer. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggewegt ist und alles zerfetzt hat, was ihren Weg stand. So, ich habe mir mal die AK geholt. Achtung, oh, scheiße, Granate. Ich, äh... Junge. Das war eine Lüge. Niemand wird mich besiegen. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbinden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Nein! Seid ihr Hosenscheißer? Ja! Nein, natürlich! Okay. Okay, dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!